Wow! Here comes Daisy! Liebe Leute, es ist nun so weit. Der große Augenblick ist endlich gekommen. Wow! Ja, ihr fragt euch sicher, wovon rede ich? Ja, das werdet ihr gleich sehen, liebe Leute. So, gleich strahlt unsere Daisy in ihrem super sexy Outfit. So, ihr seht, liebe Leute, wir sind erster Platz. Und, ihr seht, liebe Leute, hier oben die Zahl der gesammelten grünen Medaillen. Das ist kein Scherz und auch kein Hack und auch kein Mod. Das sind wirklich so viele. Es sind... Boah, warte, krass echt. 7.008, liebe Leute. 7.008. 7.008! Leute, das ist die ganze Zeit. Ich habe fast nichts ausgegeben im Shop. Ich glaube, eine Sache habe ich mir gekauft. Können wir uns eurem Aroma ansehen. Okay, hier. Zwei Sachen habe ich mir gekauft. Ne, mehr, okay. Aber mehr auch nicht, liebe Leute. Und es wird Zeit, dass wir das jetzt ändern. Und dann, indem wir die gesammelten grünen Medaillen einsetzen. Und zwar für alles, was wir können. Jetzt geht es los mit der ersten grünen Röhre. Hier gibt es uns schon mal drei Rubine. Okay. Jetzt kostet es 60. Bisschen teurer, ne? Und wir bekommen jetzt ein Gleiterpunkte-Max-Ticket. Jetzt kostet es 70. 80. Und ob der das schafft hier? Mein Handy, ey. Ob der nicht vorher abkackt? Bei den ganzen Röhren, ey. Fahrzeugpunkte-Ticket. Jetzt kostet es 80. Das geht ja immer noch, ne? Mit 80. Mit 88 fängt das Leben an. So. Mal sehen, was wir jetzt bekommen. Den Eierschallengleiter. Uh. Da gibt es andere Eier. Nein. Jetzt haben wir 90. Und das heißt eine goldene Röhre. Liebe Leute. Was ist da wohl drin? Das sehen wir jetzt. Ein Fahrzeug-Leistungsticket. Sehr schön. Jetzt wird es wieder teurer. Jetzt kostet es 200. Ein Gleiterpunkte-Max-Ticket. Jetzt kostet es 110. 1.500 Münzen. Geile Sache. Jetzt kostet es 120. Das geht wieder Münzen, wie ich gesehen habe. Das geht wieder Münzen, wie ich gesehen habe. Wieder 1.500 Münzen. Jetzt kostet es 130. wieder ein Gleiterpunkte-Max-Ticket. Jetzt kostet es 140. Jetzt haben wir schon mal 1.000 weg. So schnell gehen die Medaillen weg, liebe Leute. Wie warme Semmel. So. Fahrer-Leistungsticket mal 2. Oh, das ist sehr gut. Da können wir einen goldenen, können wir einen Fahrer, der mit Gold ist, können wir aufleveln. Jetzt kommt 150, liebe Leute. Ja, es wird langsam teurer, ne? Ihr merkt es selber. Langsam wird es teuer in Deutschland. So. Wieder ein Gleiterpunkte-Max-Ticket. 160. Mal gucken, was jetzt drin ist. Fahrzeug-Punkte-Max-Ticket. Okay. Jetzt kommt 170. Warte, wenn ich so viel Geld hätte, ne? Boah, dann bin ich durchdrehen, ey. So, wieder eine grüne Röhre. Was kriegen wir diesmal? Itembox-Ticket mal 5. Sehr schön. Jetzt kommt 180, liebe Leute. Jetzt geht es langsam in die Medaillen hier rein, ne? Jetzt wird es langsam teuer hier für uns, ne? So, mal gucken, was jetzt drin ist. Kukuloko. Kukulores. So. Jetzt kommt 190, liebe Leute. Jetzt wird es langsam teuer. Und es ist eine goldene Röhre drin. Was erwartet uns da wohl, schönes? Ein Gleiterpunkte-Max-Ticket. Sehr schön. Das kann man auch sehr gut gebrauchen. Jetzt kostet es 200 grüne Medaillen. Und Gleiterleistungsticket. Sehr schön. Jetzt kostet es 250 grüne Medaillen. Und das gibt wieder Geld. Auf mein Konto. So. Tada. Jetzt kostet es 300 Münzen, liebe Leute. 300 Medaillen, Entschuldigung. Mindestens mal schön. Gleiterpunkte-Max-Ticket. Sehr schön. Jetzt kostet es 350 grüne Medaillen. Und auch hier ist wieder Geld drin. Sorge, ich habe halt Konto leergeräumt. Nein. Jetzt kostet es 400 grüne Medaillen. Das ist überhaupt pleite, Leute. Eine goldene Röhre. Was ist nun drin? Das sehen wir jetzt. Fahrzeug-Punkte-Max-Ticket. Sehr schön. Jetzt kostet es 450 grüne Medaillen. Und wieder eine grüne Röhre. Gleiterpunkte-Max-Ticket. Mal drei. Jetzt kostet es 500 grüne Medaillen. Und drei Rubine gibt es. Das ist aber mager. Für 500. Jetzt kostet es 500 Medaillen. Immer noch. Und es gibt wieder Kohle. Und noch mal. 500 Medaillen. Gleiterpunkte-Max-Ticket. Jetzt sind es noch sieben. Und wieder eine grüne Röhre. Und Gleiterleistung wieder erhöht. Jetzt können wir noch mal sechsmal die Röhre zünden, liebe Leute. Und wieder tausend Münzen, liebe Leute. Jetzt können wir noch einmal die Röhre zünden. So, da ist hier das goldene. Das letzte ist die goldene Röhre, liebe Leute. Da ist jetzt der letzte Superpreis drin. Dann bin ich arm. Mit Medaillen. So. Und es ist... ...ein Fahrer-Punkte-Max-Ticket. Ja, liebe Leute. So viel zu unserer super geilen Röhren-Ziehung. Nicht? So, jetzt kaufen wir noch das hier auch noch leer. Und dann haben wir hier... Dann haben wir hier... Dann haben wir hier kein Geld mehr. Keine Medaillen mehr. Und das auch noch. So. Perfekt. Und es geht noch weiter, liebe Leute. Ich bin mit meiner Teil 90 am Ende. Jetzt kommt noch ein Ticket. Und nochmal. Lass krachen. So. Jetzt aber. Jetzt ist hier genug, Leute. Jetzt ist... Irgendwann muss auch feiern sein, hier. Nicht? Irgendwann muss... ...auch gut sein. Vielleicht können wir nochmal gucken, ob wir nochmal sagen. Ne, komm. Jetzt ist... Jetzt muss gut sein, ey. Jetzt muss gut sein. Ja. Liebe Leute. Dann würde ich sagen... ...stehen wir noch einmal einen Münzrausch. Für 10. Ocken. Und machen noch einmal einen Münzrausch. Und dann sollte es wirklich genug sein. Dann soll das Schicksal entscheiden, ob ich diese Tour schaffe oder nicht. So. So. Dann wollen wir mal mit dem Golden Mario. Also. Ah. Oh. Hallo, Pee-Wee! So, am 4. August ist es nicht so weit, da kommt das DLC raus. Wave 2, Mario Kart 8, Deluxe, mit Pinguinen. Das ist für alle Pinguin-Freunde, ne? Das wird euch freuen. Huuu! I got it! So! Ja, und das war's, liebe Leute, zu dem super, super geilen, langen Maxi-Video. Ich hoffe jetzt viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Und wer hat mir noch so viel Geld über? Das ist Wahnsinn. Also, bis dann! Danke! Buh-bye! 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 Vielen Dank.